Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir darüber, warum deine Webseite auch eine Sommerpause braucht, beziehungsweise warum du deiner Webseite eine Pause geben solltest. Was ich damit meine, werde ich in drei Punkten so ein bisschen dir dann noch genauer erklären in dieser Podcast-Folge. Aber mir geht es vor allem um eine Sache, nämlich dass man Abstand zu seiner Webseite gewinnt. Klingt jetzt am Anfang vielleicht etwas komisch, aber ich werde genau darauf eingehen, was ich damit meine und genau, was meine Erfahrung damit ist, auch bei meinen Kunden, damit wir hier eine logische Schlusskonsequenz ziehen können, damit deine Webseite danach besser wird. Wir kennen das ja, dieses bekannte Sommerloch, von dem alle sprechen, wo es ein bisschen ruhiger ist, alle draußen sind, wo es heiß ist, etc., etc. Und das nutzen viele, um ihre Energie sozusagen wieder zurückzuholen oder auch die Batterien aufzuladen. Oftmals eben auch einen Abstand zu der Arbeit oder auch andere. Und dementsprechend ist es mir da ganz wichtig, hier auch mal eine Anekdote zu der Webseite dazuzulegen. Denn was ich oftmals leider sehe, ist, dass die Leute viel zu fanatisch an der Webseite arbeiten, vor allem alleine. Und dazu möchte ich eben mehrere Punkte nennen, warum das so extrem wichtig ist oder warum es dann auch eben so extrem zerstörend ist, wenn man zu lange auf seiner Webseite herumhängt. Und möchte dir da ein paar Tipps mitgeben bzw. Punkte mitgeben, die dir helfen bzw. die du auch nutzen kannst, um vielleicht auch Kunden weiterzugeben oder Freunden weiterzugeben, die Webseiten haben, wo es eben darum geht, dass man klare Entscheidungen trifft und nicht aus dem Bauchgefühl heraus irgendwelche Entscheidungen trifft, die einen dann im Nachgang wieder schaden. Wieso spreche ich dieses Thema an? Denn es gibt eine Grundregel bei mir, dass ich während einer Projektphase, die meistens so vier bis acht Wochen dauert, wenn wir Projekte umsetzen oder wenn ich Projekte umgesetzt habe, dann geht es darum vor allem, dass ich dem Kunden immer wieder nur kleine Dinge zeige, also Stepstones zeige, wo das Design hingeht. Ich habe den Fehler am Anfang gemacht oder manchmal den Fehler gemacht und das ist echt schon der erste Tipp, den ich dir mitgeben kann, dass zum Beispiel das Testumfeld, das wir aufbauen, egal wie du das machst, immer zugänglich ist für den Kunden. Was dann oftmals passiert ist nach vier bis acht Wochen ist, dass der Kunde so lange drauf gestartet hat oder so lange die Webseite schon gesehen hat, dass nach den vier bis acht Wochen dem Kunden die Webseite schon nicht mehr gefallen hat. Wieso ist das so? Du kennst das sicher, wenn du irgendein neues Objekt kaufst, etwas kann sein, ein Handy oder ein Auto oder irgendein neues Kleidungsstück. Du freust dich am Anfang vielleicht ein paar Wochen, das ist aber schon das höchste der Gefühle heutzutage und bist dann schon eigentlich gesättigt von dem, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise eben auch, wie das Design wirkt. Und ich kann dir da aus Erfahrung sagen, meine Webseite persönlich und auch Designs, die ich mache, da tue ich mir mal extrem schwer, das heißt, ich finde die nie allzu schön. Das ist einfach, weil ich damit sehr viel Zeit verbracht habe. Bei einem Projekt, wo ich 40 Stunden mit einer Webseite verbringe, bis die fertig ist, ist das einfach so eine Sache, wo ich dann ewig da drauf starre und ich muss selber mich da immer wieder zurücknehmen und sozusagen meine Webseite in der Sommerpause gönnen, weil ansonsten sehe ich nicht mehr genau das, was ich da weitermachen muss. Und das ist ein extrem, extrem wichtiger Punkt. Wir Menschen sind einfach so, dass wenn wir immer etwas besser machen wollen oder sehen, dann oder wie auch immer, dann versuchen wir das immer zu optimieren. Das ist aber, wie gesagt, auch so ein bisschen ein Perfektionismus-Thema, worüber ich schon das ein oder andere Mal auf dem Kanal gesprochen habe. Aber auch hier sollte man eben ganz, ganz, ganz genau darauf achten, dass man nicht immer an der Webseite herumschraubt. Ich habe Kunden, die schrauben wöchentlich, täglich an den Dingen herum und geben, wie gesagt, der Webseite keine Pause. Und ich habe das jetzt einfach als Sommerpause, habe ich so als Größenschluss genommen, weil das immer ganz gut passt und das vielleicht für den einen oder anderen einfach dann einfacher zu verstehen ist. Auch Webseiten brauchen nicht für sich Pausen, sondern du brauchst sozusagen eine Sommerpause von deiner Webseite. Weil, was oftmals passiert ist, dass man dann auf die Schnelle irgendetwas optimiert, dann optimiert man noch was, noch was, noch was, noch was. Und bei vielen meiner Kunden sage ich dann so, warum wurde das überhaupt optimiert? Oder optimiert. Warum wurde das überhaupt geändert? Anhand von welcher Zahl oder welchen Zahlen habt ihr diesen Größenschluss gezogen, dass man zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, die Hero-Section aufbaut oder die Hero-Section umbaut. Und oftmals kam dann die Antwort, na, ich habe das Gefühl gehabt, und da ist oft schon mal eine Red Flag bei mir, ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie funktioniert das nicht. Es kommt keine Conversions. So, ich habe mir dann die Zahlen angeschaut, habe mir zum Beispiel entweder irgendwelche Tracking-Tools angeschaut, die diejenigen im Einsatz hatten oder auch eben so Heatmap-Tools wie Hotjar und anderen Heatmap-Tools, wo man genau sieht, wie sich die Kunden verhalten. Gut, und ich habe dann die ausgewertet, habe anhand dessen versucht nachzuvollziehen, warum der Kunde zum Beispiel irgendetwas umbauen wollte oder warum er etwas jetzt umbauen wollte. Und wir bauen ja, also ich baue auch nicht einfach die Webseite um, weil der Kunde jetzt sagt, hey, ich habe jetzt Bock da irgendwas anderes zu machen, sondern ich hinterfrage das natürlich aus dem Effekt heraus, was bringt das dann danach auch, ja, dieses Umbauen. Oder sind das einfach jetzt Ressourcen, die man vielleicht an der falschen Stelle falsch verwendet. Und da habe ich gemerkt, dass die Kunden, die täglich da auf der Webseite herumstarren, sagen, ah, das müssen wir noch machen und dort müssen wir noch was und das müssen wir noch und dort, dass das zwar alles irgendwie versucht, einen Effekt hervorzurufen, aber da es oftmals hilft, auch bei großen Firmen, einen klaren Trägerpunkt zu finden, den dann für einen Monat umzusetzen, dann sich die Zahlen anzuschauen und dann wieder die nächste Maßnahme zu setzen. Ein Monatsabstand kann echt schon kurz dann auch wirken, aber wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass man hier eine klare Analyse auch für sich findet, sei das dann im Team oder in der Firma oder auch für sich selber, dass man sich nicht davon leiten lässt, weil man jetzt zum Beispiel am Abend sich noch denkt, okay, ich schaue mir jetzt noch ein paar Videos an, der Nikolaus sagt jetzt gerade zum Beispiel, so muss die perfekte Landingpage-Struktur sein und man merkt dann, dass die eigene Struktur vielleicht ganz anders ist und dann verändert man alles und danach funktioniert es nicht mehr oder die SEO-Werte sind im Keller oder wie auch immer. Das heißt, da muss man wirklich vorsichtig sein und kann sich teilweise mehr Schaden sozusagen aufhalsen, als es gut ist. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, einerseits zu wissen, als ersten Punkt, wenn man lange wo etwas drauf steht oder lange auf etwas drauf schaut, dann ist das irgendwann normal, dass das einem nicht mehr so gut gefällt wie davor. Aber hier ist es wichtig, dass man sich vielleicht externes Feedback holt, jemand, der das noch nicht so oft gesehen hat oder eben anhand der User das festmacht. Und ich kann euch sagen, Design ist so individuell und wird nie perfekt sein für alle, dementsprechend ist das ähnlich wie eine Persönlichkeit. Deine Website hat eine gewisse Persönlichkeit mit Design und so weiter. Dementsprechend gefällt das ein paar, manchen gefällt es nicht, manchen gefällt es super gut, manche haben sich satt gesehen an dem, manche sagen, ah, das schaut wie jede andere Webseite aus, wie auch immer. Wichtig ist, dass am Ende des Tages die Zahlen im Unternehmen für das Ganze stimmt. Das heißt, eine Webseite hat einen Zweck. Eine Webseite ist nicht nur darum, dass man eine Webseite hat, auch wenn das vielleicht viele Firmen so betreiben. Aber in meiner Welt hat eine Webseite einen ganz klaren Wert und Zweck. Und wenn der am Ziel sozusagen vorbeihuscht oder dieses Ziel nicht erreicht, muss man sich die Frage stellen, aber anhand von Daten, warum ist das so? Das heißt, was funktioniert nicht? Und da kann ich dir auch schon den zweiten Tipp mitgeben. Wenn man Verbesserungen machen möchte und man vielleicht von außen sich Inspiration holt, was klassisch so ist, das macht jeder so, dann mach dir Notizen dazu. Das heißt, notiere dir die Dinge, die du gefunden hast. Ich habe zum Beispiel in Notion so eine Brainstorming-Inbox und diese Brainstorming-Inbox ist dafür da, dass ich dort alles ablege und dann aber nicht gleich umsetze, sondern mir denke, das ist eine coole Sache. Ich schaue da oftmals noch nach ein paar Wochen drauf und überlege mir dann, okay, macht das jetzt Sinn oder sollten wir einmal darüber sprechen, Feedback einholen und danach entscheiden, ob wir vielleicht gewisse Dinge implementieren, aber gezielt. Nicht, ich habe das gesehen, finde ich cool, will ich haben. Das ist nämlich das, was vielen passiert heutzutage. Ich habe diese Hero-Section gesehen, will ich haben, baue ich um. Ich habe das gesehen, will ich haben, baue ich um. Ohne darüber nachzudenken, passt das überhaupt in die Strategie, ist das überhaupt im Design notwendig, etc., etc., etc. Das heißt, das ist auch der zweite Tipp, einfach die Notizen zu machen, die aufzuschreiben, aber trotzdem einen gewissen gesunden Abstand zu der Webseite zu haben und auch sozusagen in der Sommerpause oder eben eine Pause der Webseite zu gönnen, in der Form, dass man auch Abstand nimmt von der Webseite. Wenn du mal vier, fünf Wochen nicht auf deine Webseite starrst, wirst du sehen, du denkst dir dann danach, hey, das ist ganz solide. Wenn du da täglich drinnen bist, Selbstzerstörung. Das ist ganz schlimm. Und als letztes oder den letzten dritten Punkt, den ich oftmals meinen Kunden noch mitgebe, ist, dass man am besten seinen Kunden und auch diejenigen, die angefragt haben oder diejenigen einfach nach Feedback mal fragt. Das machen so wenige Leute und ich finde das irgendwie so schade, denn wenn ja jemand die Webseite nutzt, das geht sogar bis so weit, dass man einfach ein Feedback-Formular einfügen kann. Das heißt, man macht ein Formular oder das schwebt einfach mit, mit einem Fragezeichen auf der Webseite. Dort kann man gleich Feedback hinterlassen. Wie war Ihre Erfahrung mit unserer Webseite? Das heißt, anhand solcher Daten muss man und sollte man nur Veränderungen machen und nicht nach dem eigenen Gefühl. Weil das eigene Gefühl kann oftmals sehr trügerisch sein, beziehungsweise eben in eine falsche Richtung leiten, weil man eben durch so viele Eindrücke und durch das eigene Unternehmen da keine Ahnung hat, was da eigentlich drauf gehört. Deswegen entstehen dann eben klassisch auch Webseiten, die gefühlt ein Buch sind, weil so viel Text drauf ist, weil derjenige so viel sagen möchte aufs Unternehmen. Aber vergiss dabei, dass ja der Prozess an sich so ist, dass jemand auf die Webseite kommt, dir eine Kontaktanfrage stellt und du dann in einem Beratungsgespräch aufklärst, was ihr genau für ihn tun könnt. Das heißt, im Spezialfall. Und du musst nicht alles schon abdecken auf der Webseite. Das ist völlig unnötig. Das heißt, daran zu denken, Feedback einzuholen, ist einer der essentiellsten Dinge, die ich über die Jahre auch so mitgenommen habe. Feedback einholen, sei es eben dadurch, dass du eben Tracking-Tools hast, die gewisse Dinge als Feedback dir schon geben, Monat für Monat. Oder eben auch hier, und das ist aber auch wichtig, einen Fokus zu legen auf das, was man trackt und auf das, was man dann verändert anhand dieser Daten. Und wenn du diese drei Dinge beachtest, dann kann ich dir sagen, wird deine Webseite auch mit der Zeit gesund wachsen, gesund vorankommen, ohne dass man eben die ganze Zeit etwas ändert und das Gefühl hat, man hat da keinen Effekt irgendwie erwirkt. Und das ist das, was den meisten passiert. Das heißt, bei den meisten ist es so, die sagen, hey, wir haben jetzt so viel geändert. Herr Kolber, Sie haben doch 17 Sachen geändert. Warum tut sich da jetzt nichts? Dann hat noch die Suchmaschinen-Optimierungsagentur oder der Experte oder die Expertin hat da noch so viel geändert und es tut sich nichts. Und das ist dann, wo ich sage, lieber Herr Kunde oder Kundin, das haben wir vor einer Woche besprochen, umgesetzt jetzt erstmal. Natürlich ist jetzt nach einer Woche passiert da noch nichts. Das Web ist zwar schnell und wandelt sich schnell, aber tatsächlich sind gewisse Dinge trotzdem noch nach wie vor dauern einfach. Und das ist völlig normal und sollte man auch machen. In der heutigen Zeit, wo alles so schnelllebig ist, wo man so viele Dinge sieht, so viele Eindrücke hat, fühlen sich vielleicht viele so, als müsste man da viel schneller agieren und man müsste sozusagen fast schon ein Krisenmanagement einberufen, dass sozusagen da sitzen, einfach bei der Webseite so Mayday, Mayday, wir müssen jetzt die Hero-Section ändern. Dem ist aber nicht so. Das heißt, nimm diese drei Punkte mit, dass man Abstand nimmt, dass man versteht, dass man auch Zeit oder Abstand gegenüber seinen eigenen Dingen benötigt, dass in zweiter Form man nicht ewig darauf starrt. Design wird so oder so, so subjektiv aufgenommen von jedem Einzelnen, dass man hier auch nur den Größenschluss anhand vieler Daten ziehen muss. Das heißt, auch nicht nur an ein, zwei, wenn eine Person zu dir kommt und sagt, ich mag die Webseite nicht, vergiss es. Ich habe auch Kunden, die kriegen ein Feedback von irgendeiner Person, die keine Ahnung von irgendetwas hat und die sagen dann, hey, die haben mir gesagt, das ist nicht gut oder das ist schlecht an der Webseite, müssen wir ändern. Und da denke ich mir, nein, müssen wir nicht, weil die Webseite funktioniert. Weil eine Person das sagt, werde ich jetzt nicht die ganze Webseite umbauen. Das ist das Wichtige. Und als dritten auch, dass man eben viel mehr Feedback einholt, aber bei dem Feedback, wie ich es eben vorher gesagt habe, hier auch nochmal darauf achtet, hey, ich hole mir wirklich wertvolles Feedback ein. Das heißt, konstruktives Feedback, das ich anhand von mehreren Daten festmache. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 100 Leute frage, was ist an der Webseite schlecht und anhand dem einen Größenschluss ziehe, dann ist es ein wertvolles Feedback, was ich umwandeln kann. Wenn ich anhand von einer Person alles umändere, ist das völlig bescheuert. Weil das ist, als würde dir rausgehen oder du würdest rausgehen und jemand sagt, hey, ich mag dein Outfit nicht und du würdest jeden Tag dein Outfit ändern, weil eine Person dir das Feedback gibt. Aber du hast die anderen 100 nicht gefragt und vielleicht hätten dir so oder so 90 gesagt, hey, finde ich voll cool das Outfit. Das heißt, eigentlich überwiegen dann die 90, die anderen 10, die vielleicht irgendeine andere Meinung haben. Und das ist das Wichtige. Daran denken, wenn man diese Punkte im Kopf hat, dann wird die Webseite auch besser und dann kann man auch stetig verbessern und noch stetig die Webseite optimieren, sodass der Erfolg höher wird und größer wird, wie es auch sein sollte. Aber nicht eben anhand dieses schnellen, ganz schnelle Veränderungen und nach dem Bauchgefühl ganz schlimm. Ja, ich hoffe, dir hat es gezeigt, auf was ich damit hinaus wollte. Natürlich die Sommerpause und so weiter war jetzt einfach nur ein guter Träger, um dieses Video zu machen, weil mir das einfach so eingefallen ist. Aber mir ist wichtig, dass man das so ein bisschen mitnimmt und hier auch nochmal drüber nachdenkt. Wenn du eben dazugehört hast und eben Webseitenbetreiber bist und auch unter Anführungszeichen Kunden vielleicht für andere machst, dann habe eben diese drei Punkte im Kopf. Dann ist der Erfolg für deine Webseite oder die deines Kunden auf jeden Fall gewährleistet, weil diese Punkte extrem wertvoll sind. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn du auf irgendeiner Plattform die Möglichkeit hast, mir Feedback dazulassen, mach das bitte gerne. Teilweise kannst du auch kommentieren auf den Plattformen, wo ich den Podcast hochlade. Das heißt auch hier gerne einfach deine Fragen unten reinschreiben oder auch deine Erfahrungen, wie es bei dir ist. Das heißt, ob du schon zu oft etwas verändert hast, ohne Daten vielleicht oder Feedback zu haben und wie sich das bei dir angefühlt hat. Dementsprechend gibt da deiner Webseite einfach mal eine Sommerpause. Und ich sage nur mal danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis bald. Zuhören. 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 Zuhören.